Die Idee zu dieser Brille hat eine Vorgeschichte und die besteht darin, dass wir über das Integrationsamt schon mal einen Mitarbeiter vermittelt bekommen haben, der einen Arm verloren hat. Dieser Mitarbeiter hat die Aufgabe in unserem Unternehmen, Belege zu kodieren. Das wird mit Druckern gemacht, die einen Durchschlag erzeugen, also Nadeldrucker und die sind sehr laut. Irgendwann kam wieder vom Integrationsamt eine Anfrage, aber diesmal für eine gehörlose Mitarbeiterin und da habe ich mir gedacht, das wäre ja vielleicht ein guter Arbeitsplatz in diesem lauten Umfeld. Die Belege kodieren, das könnte sie vielleicht tun.